Fisch Treffer Schaden Musst du noch zwei Badass-Punkte verteilen Oh, schon wieder zwei bekommen? Nö, ich hatte noch welche wahrscheinlich Okay Ja Oh, überall Stalker Ach hier Tschüss Okay So Alter Der Fällt euch ein, ihr müsst sicher Ja, das brennt erstmal vor und rennt durch die Gegend Noch mehr kommen da nicht, ne? Ja, aber gut, dass die brennen, oder? Das brennt fast angeschossen ab Ja Hallo 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 Ne, ich mein das doch nicht Ne, ich mein das doch nicht ... ... ... ... ... ... ... ... ... Die Schulten haben keinen Schimmer, was sie getroffen hat. So wie wär's dir natürlich denken, es war eine Kugel, weil da auf einmal ein Loch ist, aber da haben wir jedenfalls, das ist cool. Oh, Stalker. Hm. Brauch gleich hinten reingeschossen, die Sau. Ja, ich hab den in den Schlangen geschossen, deswegen hast du den so leicht gekillt. Lecht. Alter. Soll ich hierbleiben? Wieso ein sichtbarer Macher? Nein, ne? Bye. Naja, krieg ich mit einem Hit durch. Bis dahin geht das. Und, usa. Krieg ich mit einem Hit, komm her. War wohl nix. Jod. Krieg ich mit einem Hit durch, ooooh. Autsch. Ja. Klar, ein Badass natürlich. Wieso nicht? Ja, jetzt kommt auch noch einer von hinten. Wie die Granaten folgen, ne? Ja, ja, das ist das Geile. Die suchen sich ihren Badass. Meinen mich auch. Ist ein bisschen nervig, wenn du so versuchst, so zu werfen, einfach ne Gruppe rein. Um gezielt was zu treffen, weil die suchen sich das nächste Ziel. Ja. Aber so sind sie geil. Alter. Okay, jetzt nehme ich jetzt wieder die. Oh, CPU-Auslastung sehe ich gerade. Nö. Jetzt ist es wieder weg. Merkwürdig. Ja, im Badass natürlich. Oder? Nicht ordentlich. WTF? Der nimmt ja kaum Schaden. Der nimmt jetzt gar nicht Schaden, mein Freund. Hey, nerv nicht. Was ist das? Ja. Ja. Ah, ich muss jetzt das Schild wegschießen. Dann nimmt er wieder ein bisschen mehr Schaden. Jetzt. Ja, doch mal. Ah, jetzt alles drauf. Eingefroren. Jawoll. Ja. Ja, lass weiter. Komm. Das ist viel Leben. Ne, tot. Ich möchte es halt nicht, dass es lebt. Da nervt es noch. Das ist Maulflash. Hey. Ja. Ich kann die eh nie einsammeln. Ich dauerne in den Winter. Ich werde jetzt auch nichts rauswerfen. Oh nein. Vier Waffen. Vier Waffen auf der anderen Seite auch noch. Ja. Ja. Ich werde jetzt nicht bei mir rauswerfen. Ich werde mich verarschen. Wann ist. Jetzt hat er die gleich wieder aufgesammelt. Fick dich. Ciao, Nimo. Ich enttane den Ausgang. Ach, wie geil. Aber die hast du alle aufgesammelt eben, ne? Ja. Ich habe vier Weiße gegen vier Grüne ausgetauscht. Du bist nicht so behindert, ne? Arschloch. Warum? Du hast eben schon alles einkratiert. Ich kratze. Heute ist Lootag. Heute ist Weihnachten. Zweiter Weihnachtstag. Gar nicht mehr. Du rennst weiter, ne? Du bist da ja unten. Ja unten. Trotz ein bisschen Arsch. Du weißt, dass du da unten bist. Komm schon. Willst du ja nicht diese vier Weißen Waffen mitnehmen? Nein, will ich gar nicht. Genau. Damit erst mal alles ein. Ob der wie 19 ist, kann ich die andere. Ja, deswegen. Hier ist hinten ein Waffenautomat. Ja, schön, finde ich. Ja, ich hoffe, könnte man ja mal kaufen. Alles klar. Fatigitsch. Fatigitsch. Immer der ganz müde man hier hat, ne? Dam, 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 dam. Aua. So. Ne, mach ich einfach nur so. Du bist schon eine Stunde. Ja, nicht ganz. Ich glaube, ein bisschen weniger. Oh, ernsthaft. Er hat euch den einen geladen hier. Zu. Papa, war nun. Wirklich. Ja, wirklich. Ja. Da ging es schon eine Tür auf. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Du auch direkt hinterher. Schöne Eisgranaten. Hast du es gesehen? Ja. Sind schnell weg. Bin schnell weggebummt. So, nichts hinterher. Ach du kacke, da kommen die nächsten hier. Fröhliche Weihnachten. Neue Stärke. Neue Stärke. Neue Stärke. Deine unsichtbar. Ein faggot. jeder kühle ich dich absahne ich wieder wenn du schon brennt so ja